Okay, warte mal, was steht hier? Großvater hat dein Buch nicht zurückgegeben. Miguel de Cervantes. Hi! Mal gucken, ob es jetzt besser drauf ist. Hm? Ja? Kann ich ein Buch bekommen? Würde ich, mehr spezifisch zu sein? Ich habe meine Meinung geändert. Ich brauche kein Buch. Dann, was brauchst du? Keine Ahnung. Nein. Ich sehe nicht, wie das funktioniert. Großvater hat ein Buch nicht zurückgegeben. Aber da können wir doch unseren Joris fragen hier, oder? Der kennt sich doch aus mit Büchern. Oder auch nicht. Großvater hat ein Buch nicht zurückgegeben. Aber wir haben das Buch noch nicht gefunden. Ist bestimmt auf dem Klo. Hat er mal gelesen. Äh, es ist okay. Ich kann es in. Ich kann es in. Hmm. Ich denke, ich sollte weiterhauen. Hey! Das ist das Buch Grandpa aus der Bibliothek. Ist das die Architekt's Manuskript? Grandpa muss es aus der Bibliothek haben. Es ist natürlich ein Kirchen ornament. Der Schlüssel war wahrscheinlich in diesem Schuss. Das ist das gleiche Schild aus der vorherigen Seite. Es scheint, dass die Schildkarte hinter mir geblieben ist. Johann Christoph Glaubitz. Das ist der Architekt, der die Schlüssel zu den Kräumen geblieben hat. Wir können noch blättern. Johann Christoph Glaubitz. Das ist der Architekt, der die Schlüssel zu den Kräumen geblieben hat. Das muss jüdisch sein, oder? Okay. Menora. Johann Christoph Glaubitz. Das ist der Architekt, der die Schlüssel zu den Kräumen geblieben hat. Oh, was ist das? Da fuhr. Großkanzler des Großherzogtums Litauen. Die erste Grand Chancellor. Die date shown ist around the time of Vitotas' death. Das muss man wohl etwas dangerous. Das muss man wohlsehen, wenn der Chancellor hatte den Kräumen ansteigt. Ich denke, die kind of hat waren in den 1960s. Er müsste ein Trendsetter sein. Er ist ein wunderbarer Bild. Du kannst ihn schützen dich von den depths von der Geschichte. Wunder wie alt er war, wenn er seine Namen hat. Der Mann sieht mich wie ich, wenn Dana asks mich zu stehen für zu lange. Er muss ein tonnen compliments auf sein Magnificent Beard. Der Hat. Ich meine, du musst dir props für den Hat. Ich denke, das ist was ein Casual-Kort-Wizard-Wizard würde. Ist das der 5th Mann mit dem Namen? Stimmt, ja. Mikalus-Radviler-Rad-Rudasis. Seenasis-Ju-Dasis. Ach du Scheiße. Oh, watch out. He's got a stick. Hm, those chancellors do be angry a lot. Oh, he'd look great on the cover of Musketeers Daily. Oh, you can tell this man loved his hair. First dude without facial hair. I wonder when the razor blade was invented. Another Chancellor I know nothing about. Ja, sind auffällig. This looks like the after picture of the previous guy. I have a suspicion that this is the same Chancellor as the previous two, just in different garb. Seriously, either it's the same guy or they all went to the same barber. Uh, that's clearly a wig, right? I guess curls were on the rise at the time. The last of the bunch. If I knew more about history, I could tell what happened next. But I don't. Oh, wait a minute. Not sure what to make of it. Jeder folgt demjenigen, der den Weg kennt. Johann Christoph Glaubitz. Das ist der Architekt, der die Schläge zum Krähen lag. Ein Bishop mit einem feinsten Stich. Ein Bishop mit einem feinsten Stich. Es scheint zu sein, dass es ein Kind von Riedel ist. Ein kryptisches Lied. Ein paar Monter, die auf der Krasse betrachten. Sind wir dadurch jetzt schlauer geworden? Ich weiß es nicht. Let's see what it hides. Das ist, glaube ich, für später. Aber wir sind dadurch nicht schlauer geworden. Around the world in 80 days. 80 days, huh? Ich glaube, ich habe ein Video-Game über das. Aber Don Quixote haben wir immer noch nicht gefunden, eigentlich, ne? Offiziell. Great Soviet Encyclopedia Vol. 5. As far as I know, every house had these. Nee. Okay. Amber Road. The spread of Baltic amber across the ancient world. Journey to the Underland. A book about exploring uncharted territories. Amber Road. The spread... Okay. Around the world... 80 days, huh? I think I played a video-game about that. Ja, ja, nee, ähm, äh, 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 ich sehe es auch nicht als negativ. Ähm. Aber das war eben halt so, oh, jetzt geht's so weiter, ne? Jetzt, jetzt, jetzt kommt, äh, und dann auf einmal hängt's wieder... Wobei, warte mal, Kirche. Wir haben jetzt hier Kirchen von 1735, äh, bis 67, ja? Ja? So, von 17... äh, nee. Von 1735 bis 64. Das wären die drei hier. Mikulasch, Servatius. Oder irre ich mich? Visnjoveki. Das sind doch drei unterschiedliche Symbole. Gut, wird jetzt wahrscheinlich nichts zu sagen haben. Ach, der hat das einbe... Ach so, okay. Hab mich schon gewundert, was, was, was sie damit meinte. Äh, ich bin nicht auf, auf der Höhe. Äh, ich denke gerade zu viel. Ähm. Also, wenn wir das in den zeitlichen Rahmen packen... Na, haben, Lillifee? Wenn wir das in den zeitlichen Rahmen packen, müsste es um die drei Personen hier gehen. Das heißt... 2035... 3551... 5275... Möglicherweise. Sind das hier vielleicht Namen? Warte mal. Heiligen Johannes Venus? Nee. Hm. 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 Ich habe eine Überraschung, dass es der gleiche Chancellor ist als die vorherigen zwei, nur in einem anderen Garb. Mikolas Servatius Wisnio Vecchi. Wisnio, Salpiega. Haben wir sowas wie Wisnio? Nee, haben wir nicht. 51 und 75. 51, vielleicht ist es das? Nee. Ich dachte, ich hätte eine Spur. Ist nicht. Also, das ist seltsam. Wir werden bestimmt auch keine Hilfe von unserem Dingens bekommen hier. Joris. Erstmal so fragen. Ja, ja, ja. So, pass auf. Wir zeigen ihm mal die Sachen, die wir jetzt so gefunden haben. Vielleicht kann er uns... Hm. Es ist eine Liste der Großkanzlerinnen der Großkanzler. Ich denke, sie waren ein zweites in Kraft für den Großkanzler. Symbol auf den Blättern mit den Kirchen. Wo hatten wir denn die Kirchenliste? Nee. Achso, hier, warte mal. Hier haben wir einen Dreier. Zack. Wenn du das meinst. Hier haben wir eine Kringel. Aber ich glaube nicht, dass das irgendeine Rolle spielt. Dreier, zack. Aber einen Kringel haben wir nicht. Ja, ja. Äh, äh. Nee. Ein Kripp. Äh, haben wir hier irgendwas? Nee. Da haben wir ja, wenn dann nur zwei Kirchen. Das hier ist ja das. Wobei hier hätten wir wahrscheinlich... Weiß ich nicht, ob das was bringt. Vielleicht sind das doch drei unterschiedliche Kirchen. Ja, das könnte sein. Warte mal. Hier haben wir ein normales Kreuz. Falls das was damit zu tun hat. So, hier haben wir, ähm... Judentum. Und hier haben wir... Ja, was ist das? Bischöfe. Mit diesem Dreierkreuz. Oder... Und hier haben wir nochmal Evangelium oder so, ne? Oder ist das katholisch? Aber was ist denn das hier? Ein Bischöfe mit einem feinsten Stich. So, das wäre... Orthodox, jüdisch. Ich bin mit der katholischen Kirche nicht zufrieden. Moment. Die katholische Kirche hat sie gerade gesagt. Welche hatte ich denn jetzt ausgewählt? Also, wenn ich jetzt jüdisch sage, Dreifaltigkeit, ist es dann, äh... Ne, ist ja katholisch. Oder sind die drei, äh, äh, sind es orthodoxer? Ist orthodox, ne? Wie sind denn die, die, die Stöcker von, von, von... Den, den Bischöfen? Warte mal, ich mach mal kurz, äh, orthodox, katholisch... Äh... Ich mach mal orthodox in dem Zeitraum, haben wir... Mal gucken, was sie dann sagt. 38, 35. Also, das ist wahrscheinlich falsch. Sie hat gesagt, äh, katholische Kirche... Kirche. So, ich nehm mal hier lutherisch... Und... Orthodox. Hm. That doesn't seem right. Hm. 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 Oh, nee, oder? Also, das ist ja... Das ist jetzt aber dann fies. Also, das wäre für mich jetzt nicht nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen. Kann ich das so machen? Hm. There must be something more to it. The guy in the magnet looks similar, but not exactly like the one in the sketch. Ah, so, deswegen, als Vergleich. Oh, hey, it's the same guy from the magnet. This must be St. Catharines' Church. Okay, I see. Hier geht's aber nicht. Wir suchen Dinge, um dann einen Abgleich zu machen. So. Jetzt bleibt es da drin, oder was? So. 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 So, St. Catharines. So, St. Catharines. Okay, St. Catharines. Ich mach' jetzt erstmal. So. So. In der polnischen Übersetzung? Ey, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommen aber auch Hinweise. Ne. So. Ähm. Quatsch, dahin. So. Was hatten wir gesagt? Äh, St. Catharines. Hier. Oder gibt's noch eine St. Catharines? Nein, haben wir nicht. Dann haben wir eine St. Catharines. Damit haben wir die katholische Kirche. Dann nehmen wir die jüdische. Und was bleibt da noch übrig? Lutherisch? Huh. Das scheint nicht richtig. Vielleicht gibt es noch mehr... So. So. Also nochmal. Äh. Kirche. St. Catharines. Wir haben die einzige jüdische. Aber warte mal. Kreuzugung. Auferstehung. Kirche der Auferstehung. Oh, das ist die Dreifaltigkeit. Erhöhung der Heiligkreuzkirche. Kann ich... Also konnte ich zumindest nicht. Also ich hab jetzt hier Magnet aus der Kirche des Heiligen Johannes. Hier kann ich's nicht hinpacken. Und das ist ja nicht der Heilige Johannes. Hier gibt's kein... Kein Abgleich. Hier haben wir bloß... Das ist der Hinweis, dass es jüdisch ist. Das ist der Hinweis, dass es jüdisch ist. Es ist sicherlich ein Kirche-Ornament. Also eindeutig ist jüdisch. Bei den heiligen Bildern? Bei den heiligen Bildern? Was meinst du da... Achso. Bei denen ja. Oder was? Mit den betenden Mönchen. Okay, warte. Hier. Jeder folgt demjenigen, der den Weg kennt. Einen Bischof mit einem fancy Stick. Ich meine, ich kann... Ich kann mal probieren jetzt hier. Ähm. Der Mann in der Magnette sieht ähnlich, aber nicht genau wie derjenige in der Kirche. Das sind ja Bischöfe. Deswegen... Das... 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 Das passt leider an. Ach hier. Einige Mönche, die auf der Krise betrachten. Ich glaube nicht so. Aber warte mal, das sind Mönche. Eine kryptische... Hier vorne werden wir keinen Hinweis bekommen, aber... Aber es muss ja einen Hinweis geben hier. Synagoge. Sankt Katharin. Abendhäfer. Sankt Katharin. Ähm. Die tragen alle ein Licht. Ja, die polnische Übersetzung ist die hier. Wie es der Orden befohlen hat, sind die drei Schlüssel zur Krone sicher versteckt dank des Großarchitekten. Das große Feuer gab ihm die Möglichkeit verschiedene Götter zu wählen, wie niedergeschrieben in diesem Manuskript. Das ist, äh... Das ist, äh... Genau. Das ist damit gemeint. So. So. Wir wissen auf jeden Fall anhand des Bildes, dass, äh... Weil da ist es hier oben drin versteckt in dem Ding, ne? Hier. Das ist jüdisch. Davon haben wir bloß ein einzelnes. Ähm. Haben wir schon hier oben hinzugefügt. Große Synagoge. Wir wissen von dem Ding hier. Das ist, äh... Heiligen Geist. Okay. So. Und dann, ähm... Gucken wir mal, ob wir den Heiligen Geist hier noch dazu packen können. Heilige Anna, Georg, den Heiligen Geist. These must be the houses of worship. Hey! Das war eine schwere Geburt. Das war eine schwere Geburt. Das war eine schwere Geburt. Das war ein tolles Gefühl.